Mir reicht's, das muss jetzt endlich mal gesagt werden. Hallo und willkommen zu einem neuen Aufreger der Woche. Und der heutige Aufreger, der musste einfach mal raus. Denn gefühlt regt das Thema zwar viele enorm auf, wirklich mal seinen Mund, macht aber offensichtlich niemand auf. Und wer über frisch polierte Kontaktlinsen oder Brillengläser verfügt und nicht stumpf jetzt auf das Video geklickt hat, der wird auch schon wissen, worum es eigentlich geht. Das heutige Thema sind die ganzen Fast-Paper-Launches des Jahres 2020 im Hardware-Bereich. Wie ihr an meinem Jugendlichen, beziehungsweise eher nicht mehr so Jugendlichen aussehen, erkennen könnt, flaniere ich ja schon so einige Jahre auf diesem wunderschönen Planeten hier. Und das, ja, das tue ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Was ich damit sagen will, ich habe die ganze Videospiel-Computer- und PC-Branche fast von Anfang an miterlebt und auch miterleben wollen natürlich. Selbst ich bekam ja meine erste Videospiel-Konsole schon mit sehr, sehr jungen Jahren mit einem Interton VC 4000. Und das muss so gewesen sein, als ich 6 war. Jawohl, damals gab es auch schon sowas. Nur damals waren Videospiele und Computer noch absolute Nischenprodukte. Denn wenn man gerade am Zocken war und Besuch reinkam, jetzt kamen nicht so Worte wie, oh geil, die neue Playstation 5, sondern eher so, was denn das? Auch PCs, Grafikkarten etc. waren da die absolute Ausnahme. Der damals sowieso noch absolut unerschwinglich. So, zum Massenphänomen wurde das Ganze eigentlich erst so ab Mitte der 80er Jahre mit dem C64, dem Nintendo NES und dem Sega Master System hier. Die Teile verkauften sich nämlich alle wie blöde, besonders die hier, waren aber weit davon entfernt auch direkt zu Release, überall ausverkauft zu sein. Genauso wie neue PC-Komponenten. Damals, als der erste Interpentium herauskam, war dieser schon eine kleine Sensation und für die damalige Zeit eine echte Rakete. Trotzdem war es so, man wachte morgens einfach auf und dachte sich so, hey, heute kaufe ich mir jetzt einen Pentium. Und obwohl dieser gerade erst erschienen ist, geh mal einfach ganz beruhigt in den Laden und kauf sie sich ein. Und genau das gleiche auch bei Grafikkarten. Der Release einer neuen Grafikkarte, der war weit weniger aufregend als heute. Ja, so die echte Aufregung, die kam eigentlich erst mit den ersten 3DFX Voodoo Grafikkarten auf, da diese das Thema 3D-Polygon-Grafik auf eine völlig neue Ebene brachten. Und hier gab es zum ersten Mal direkt nach Release einige Probleme, die auch mal etwas schwerer zu bekommen. Trotzdem, wer eine 3DFX-Karte wollte, der bekam auch eine. Danach war 3DFX dann aber mit den ersten Voodoo-Karten so ein guter Name und war so beliebt, dass das nun alles ein bisschen anders wurde. Denn die Voodoo-2-Grafikkarten verdoppelten mal eben die Leistung und da war es das erste Mal, dass man schon so ein bisschen suchen musste, um auch direkt zu Release eine zu erhalten. Und ihr merkt schon, ich gehöre zu den klassischen Early Adoptern. Ich musste immer alles direkt zu Release haben, was sich bis heute übrigens überhaupt gar nicht geändert hat, wie man sieht. Der Unterschied ist heute nur, dass ich viele Sachen mittlerweile direkt von den Herstellern zugeschickt bekomme und ich mir gar nicht mehr so große Sorgen machen muss, auch dieses oder jenes Produkt zu erhalten. Trotzdem, auch die nächsten Jahre gab es mit den ersten Nvidia GeForce-Karten, AT-Radio- und Grafikkarten und AMD und Intel-CPUs fantastische Produkte für den PC. Und auch die neuen Konsolen, wie das Sega Mega Drive und das Super Nintendo. Aber kaufen konnte man diese Produkte zumindest nach dem offiziellen deutschen Release nahezu immer. Nur wurden gerade die Konsolen jetzt zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Welt released. In Europa bzw. Deutschland meinte er es deutlich später als zum Beispiel in Japan und in den USA. Oft übrigens auch in verschiedenen Versionen oder mit anderen Namen, wie hier zum Beispiel Mega Drive, was in den USA Genesis hieß. Und na klar gab es hier und da sicherlich ein paar Interessenten, die keine Konsole oder keine GeForce-Grafikkarte ihrer Wahl erhaschen konnten. Aber es gab immer sehr schnell Nachschub. Und alle, die meine Konsolen-News der letzten Monate so verfolgt haben, die kennen ja meinen berühmten Spruch. Denn ich habe mein Leben lang zwar sehr viele Konsolen direkt zu Release gekauft, musste diese aber niemals, niemals nie vorbestellen. Es war eigentlich bei jeder Generation genau das Gleiche. Der Monty, der nimmt sich einfach mal einen Tag Urlaub, fährt zum Elektrogeschäft seines Vertrauens, geht rein, schnappt sich seine Konsole und geht einfach zur Kasse. Und sowas bisher immer. Und aufgrund dieser Erfahrung habe ich dieses Jahr leider einen entscheidenden Fehler gemacht und wollte euch damit auch noch beruhigen, dass Vorbestellungen der Xbox Series X und der PlayStation 5 überhaupt nicht nötig seien. Ja, und so kann man sich dann doch irren. Dumm gelaufen, Monty. Und dafür meine Entschuldigung an alle, die sich auf mein Wort verlassen haben. Denn nun stehen wir da. Im Corona-Jahr 2020. Und was haben wir? Okay, ich habe meine PlayStation 5 und auch meine Xbox Series X hier stehen. Ja, selbst eine Nvidia GeForce RTX 3070 steht hier. Okay, die PlayStation 5 habe ich tatsächlich entgegen meiner Meinung doch vorbestellt, aber direkt morgens um 9 Uhr und die E5-Taste ordentlich gequält, um eine bei Saturn zu bekommen. Und die Xbox Series X und auch die RTX 3070 von Nvidia wurden mir aber von den Herstellern zum Testen zur Verfügung gestellt. Hier musste ich mich da ja überhaupt gar nicht bemühen. Hier war meine Reichweite wohl das entscheidende Argument. Was haben wir jetzt also alles dieses Jahr 2020 auf den Release-Terminen stehen gehabt? Zum einen ging es mit Intels Comet Lake-CPUs der 10. Generation los. Okay, diese wurden jetzt nicht ansatzweise so heiß erwartet wie zum Beispiel der AMD Ryzen 5000, aber uninteressant war das Ganze sicherlich nicht. Die kleineren CPUs von Intel waren auch teilweise direkt zum Release lieferbar. Wer aber den König aller Gaming-CPUs, damals zumindest, haben wollte, der musste warten und extreme Aufpreise zahlen, denn lieferbar war dieser nur schwer. Trotzdem war der Intel Release tatsächlich noch der beste der großen Releases 2020. Denn dann kam der totale Absturz. Los ging es mit dem Release von Nvidia RTX 3000 Grafikkarten mit der RTX 3080 am 17. September. Diese wurde mir hinter 3070 und 3090 Anfang September ja großartig von Nvidia vorgestellt. Und was war am 17. September? Nix war, beziehungsweise nicht viel. Die RTX 3080 war binnen Sekunden ausverkauft. Viel wurde übrigens damals auch auf die Bots geschoben, die die Regale angeblich leer räumen. Fakt war aber wohl, es waren einfach kaum Karten am Markt. Und eine Woche später, am 24. September, wurde dann die extrem teure RTX 3090 nachgeschoben. Und hier möchte man ja meinen, dass eine Grafikkarte für mindestens 1499 Euro nicht ganz so viele Käufer findet. Das Problem ist aber, dass diese Karte natürlich auch in eher geringen Stückzahlen produziert wird, beziehungsweise anfangs auch nur produziert werden konnte. Und was war dann am 24. September? Nichts war. Binnen weniger Sekunden war die RTX 3090 ausverkauft. Und knapp über einen Monat später kam dann der nächste Tiefschlag von Nvidia. Der Nvidia-Preis-Leistungsknaller, die GeForce RTX 3070, kam am 30. Oktober auf den Markt. Wohlwissend, dass der Release ja schon kurzfristig verschoben wurde. Und Nvidia wird wohl wissen, warum. Und nun rate doch mal, was am Release-Tag passiert ist. Ja, du mit dem Ich-Hasse-Nvidea-T-Shirt? Richtig! Die RTX 3070 war, binnen weniger Sekunden, ausverkauft. Wobei ich eher noch eine etwas bessere Verfügbarkeit prognostizierte als bei den anderen Karten. Für mich ein absolutes Unding. Okay, Nvidia hat dazu auch mal Stellung genommen und auch jetzt nicht komplett unrecht, denn die Nachfrage war natürlich größer als die Menge an verfügbaren Grafikkarten. Und wisst ihr was? Das ist ja an sich überhaupt gar kein Problem und völlig normal. Nvidia tat aber so, als wären sie überrascht worden und sagen dann auch noch, dass der beste Launch aller Zeiten gewesen wäre. Und zwar völlig ohne Sarkasmus. Und die ganzen Zahlen, die dann im Internet auftauchten, die belegten aber nur eins. Es war gefühlt nur eine Handvoll RTX 3000 Grafikkarten am Markt. Nur wenige Prozent der Bestellungen, die konnten überhaupt erfüllt werden. Und es fühlte sich wie ein Paper Lounge an. Und in meinen Augen war es eigentlich auch ein Paper Lounge. Offiziell zwar halt nicht, weil es zumindest einige Karten am Markt gab. Mir völlig egal, ich sage jetzt, es war ein Paper Lounge. Und man bedenke natürlich auch, Stand heute Richtung Ende November ist keine Besserung in Sicht. Die Karten sind weiterhin ausverkauft und es gab nur hier und da mal kleine Chargen zu übrigens völlig überteuerten Preisen zu kaufen. Was dann das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der RTX 3070 und 3080 wieder obsolet macht. Sorry Nvidia, das war wohl nix. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich AMD wohl schon die Hände gerieben und dachte sich, das wird uns sicherlich nicht passieren. So prognostizierte es ja auch Frank Esor mit den EX6000 Grafikkarten und wetterte unglaubliche 10 US-Dollar darauf, dass das nicht passierte. Dazu gleich aber noch mehr. Jetzt mal zu Ryzen 5000. Unfassbar tolle CPUs, die Intel das Leben aktuell übrigens echt schwer machen könnten. Denn Intels Krone der schnellsten Gaming-CPU wurde zur AMD rübergereicht. Leider sind die CPUs aber ein bisschen teurer, aber ist ja auch anfangs völlig normal. Ja und dann nach der großen Vorstellung, Anfang Oktober erschienen die ersten Ryzen 5000 CPUs am 5. November 2020. Und jetzt ratet doch mal, was passiert ist. Ja du mit dem AMD-Hast-T-Shirt? Richtig! Alle CPUs waren binnen weniger Sekunden ausverkauft. Wer hätte auch nur damit rechnen können? Auch heute, Wochen nach Release, ist übrigens überhaupt keine Besserung in Sicht. Ryzen 5000 CPUs sind am Markt quasi nicht vorhanden und wenn, dann nur zu völlig überteuerten Preisen. Und auch hier ein quasi Paper-Launch von AMD mit Ryzen 5000. Besserung ist aktuell hier auch erstmal nicht in Sicht. Aber ich sehe hier zumindest etwas mehr RGB-Licht am Himmel als bei NVIDIAs RTX 3000 Grafikkarten. Okay, schlimmer kann es ja eigentlich kaum werden. Frank Ezro sagte ja, dass die RX 6000 Grafikkarten kein Paper-Launch werden würden. Und auch ich ging davon aus, dass das nicht so schlimm werden würde wie zum Beispiel bei Nvidia. Denn seien wir mal ehrlich, schlimmer geht es ja auch eigentlich gar nicht. Und es kam, wie es kommen musste. Am 18. November erschienen die AMD Radeon RX 6800 Karten. Und jetzt ratet mal, was passierte. Ja du, komplett ohne T-Shirt? Ey verdammt nochmal, zieh dir mal was an! Aber ja, richtig. Die Karten waren binnen weniger Sekunden komplett ausverkauft. Sorry AMD und Nvidia. Ja, es ist normal, dass die Nachfrage bei Wies höher ist als das Angebot. Aber das hier ist dann dieses Jahr doch ein bisschen übertrieben, oder nicht? Dass nach ein paar Tagen keine Ware mehr zu bekommen ist, ist durchaus völlig normal und nachvollziehbar. Aber nach wenigen Sekunden, von mir aus auch Minuten, nichts mehr geht. Denn wenn das so lief, dann gab es nicht nur nicht genug Ware, sondern einfach viel, viel, viel zu wenig. Hier würden mich echt mal die Zahlen an Ryzen 5000 CPUs und RX 6800 Grafikkarten interessieren, die wirklich ausgeliefert wurden. Viele waren es nämlich definitiv nicht. Und offenbar gab es übrigens nicht nur bei Nvidia, sondern auch bei AMD durchaus Probleme genug Test-Simples ranzuschaffen. Und wenn selbst das der Fall ist, ja, dann weiß man ja, es gibt zu Release sicherlich kaum bis gar keine Ware. Und das nennt man dann auch einfach Paper Launch. Egal, ob es nun kleine Chargen an CPUs oder Grafikkarten gab oder nicht. Es ist ein einziger Witz und verstärkt das Vertrauen in die Fans doch jetzt nicht wirklich. Und wenn man doch ehrlich ist, sieht es bei den Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X dagegen ja sogar noch richtig gut aus. Okay, die sind aktuell auch komplett ausverkauft und das schon seit Wochen. Aber immerhin konnte man hier und da trotzdem noch welche vorbestellen. Fakt ist aber leider auch hier, innerhalb von wenigen Minuten waren alle Vorbestellungen aufgebraucht. Und das Schlimmste, im Laden gab es so gut wie überhaupt keine Konsolen zu kaufen. Was sicherlich natürlich auch ein bisschen mit Corona zusammenhängt. Fakt ist aber, die meisten, die einen der neuen Konsolen ergattern wollten, haben halt keine bekommen. Und auch das ist ein absoluter Witz. Wenn auch ein etwas kleinerer Witz als bei den CPUs und Grafikkarten. Denn immerhin gab es dann ja doch eine relativ ordentliche Zahl an Konsolen, die ausgeliefert wurden. Und immerhin ist die Xbox Series S hier durch die Bank zu haben gewesen, aber... Okay, ich gebe es zu. Wer will sich schon so einen hässlichen Bluetooth-Lautsprecher ins Wohnzimmer stellen? Die Frage ist nun, wo liegen denn nun die eigentlichen Ursachen des Ganzen? Ist das jetzt alles einfach nur falsche Planung oder hat eventuell Corona damit zu tun? Und ich denke fast beides. Es ist wohl alles sogar eher Termindruck. Besonders bei den Grafikkarten haben sich AMD und Nvidia ja brutals belauert. Nvidia wollte hier wohl unbedingt als erster mit den neuen Karten auf den Markt. Und wusste wohl nicht genau, wann AMD hier eventuell nachlegen würde. Demnach hat man die RTX 3000 Karten veröffentlicht. Obwohl nur wenige Exemplare bis zum Release produziert werden konnten. Und das, was ich jetzt sage, ist natürlich kein Fakt oder Wissen, sondern nur pure Vermutung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Nvidia das wissentlich getan hat. Ja und dann musste AMD natürlich auch reagieren und konnte sich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit lassen. Denn AMD selbst wusste natürlich auch nicht, ob Nvidia nicht zeitnah doch noch eine ordentliche Menge nachliefern konnte. Also raus mit den EX 6000er Karten. Ob wir liefern können, ist doch erstmal völlig egal. Hauptsache es gibt Konkurrenz zu Nvidia. Und die Fans werden eh warten, wenn AMD entsprechend leistungsfähige Karten released. Und das hat AMD natürlich auch. Nicht weniger Nvidia-Fans, die warten jetzt sicherlich sehnlichst auf eine EX 6800 Grafikkarte. Auch hier bin ich sicher, dass AMD schon lange vorher wusste, dass die Karten so gut wie nicht verfügbar sein werden. Aber auch hier ist das jetzt natürlich kein Fakt, sondern nur meine persönliche Vermutung. Wie ihr seht, finde ich bei den Grafikkarten ja noch immer irgendeinen Grund für den frühen Release. Bei den Ryzen 5000 CPUs fehlt mir die, sag mal, völlig. Natürlich, warum released AMD ohne jeglichen Grund die Ryzen 5000 CPUs und kann nicht liefern? Bitte, AMD nennt mir noch einen Grund. Warum wartet man nicht besser noch vier oder mehr Wochen und stellt die Kunden damit genügend Lagerware zufrieden und erhöht nicht unnötig die Preise am Markt? Denn Ryzen 5000 CPUs sind aktuell preislich natürlich wenig attraktiv, weil es halt auch kaum welche gibt. Es ist für mich ein absolutes Unding, was hier 2020 in Sachen Hardware-Releases passiert ist und ich habe das in meinem Leben noch nicht erlebt. Was treibt die Hersteller dazu, die Kundschaft so derart zu verprillen? Warum werden Produkte auf den Markt geworfen, die es augenscheinig und eventuell sogar völlig wissentlich überhaupt nicht gibt? Den einzigen Lichtblick, den ich aktuell habe, sind tatsächlich die beiden Next-Gen-Konsolen hier. Hier gab es und gibt es immerhin ein paar und das Ganze war natürlich weit entfernt von einem Paper-Launch. Und hier wird es sicherlich auch die nächsten Wochen noch ordentlich Nachschub geben. Aber wer weiß, vielleicht ist der Konsolen-Launch ja auch mit ein Grund für zumindest die Lieferprobleme bei den AMD EX 6000 Grafikkarten. Der beide basieren ja auf AMDs ADN-E2-Grafikkartentechnologie und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Grafikkarten und DSCs der Konsolen bei der Chip-Produktion in die Quere kamen und die Konsolen-Chips aus natürlich nachvollziehbaren Gründen den Vorrang hatten. Aber erfahren werden wir das wohl nie und ja, mir ist auch klar, dieses Video hat uns jetzt natürlich überhaupt kein Stück weitergebracht. Und das ist auch überhaupt nicht der Sinn dieses Videos. Sinn dieses Videos ist einfach nur mal Dampf abzulassen und zu hoffen, dass die Hersteller sich das mal angucken, beziehungsweise so ein bisschen die Wut der Kunden auch mitbekommen. Bitte AMD und Nvidia und natürlich auch Intel und alle anderen Hersteller von technischen Produkten, hört auf mit diesen Paper, beziehungsweise fast Paper-Launches. Ihr tut weder euch noch der Kundschaft damit irgendeinen gefallen. Niemand wäre böse gewesen, wenn zum Beispiel die RTX 3000 Grafikkarten S 2020 erschienen werden. Traurig ja, aber böse nein. Was habt ihr denn davon, wenn diese schon im September erscheinen, aber niemand sie kaufen kann? Richtig, nur böse Kunden. Wieso ging das alles denn früher so viel besser? Jetzt kommt bitte auch nicht mit diesem Argument, dass ja früher auch nicht so viele Einheiten verkauft wurden. Ja, das ist definitiv richtig, aber die Produktionskapazitäten, die haben sich ja nun mal auch angepasst. Und eine weitere Stellungnahme von allen genannten Herstellern, die wäre übrigens mal das Mindeste. Mit Gründen und vor allem mal mit verbindlichen Aussagen zu zukünftigen Liefersituationen. Aber nein, sowas kommt sicherlich nicht. Es handelt sich hier schließlich um Aktienunternehmen. Schlechte Nachrichten sind nämlich Gift für den Kurs. Die Aktionäre haben offensichtlich Vorrang vor der Kundschaft. Ja und viel mehr habe ich zum Thema jetzt auch nicht zu sagen. Ich denke mal, das war auch schon eine ganze Menge. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Boah, ich wollte jetzt echt mal eine Beine rieren. Boah, ich wollte jetzt mal eine Beine rieren.